Die Spanische Volkspartei ist eine konservative, liberale und christdemokratische politische Partei in Spanien, die 1989 durch Umbenennung aus der 1976 von Manuel Fraga Eribane, einem früheren Innenminister und Minister für Tourismus während der Franco-Diktatur, gegründeten rechtskonservativen Allianza Popular hervorgegangen ist. Vorsitzender der Partei ist seit 2004 Mariano Rajoy. Sein Vorgänger Jose Maria Aschner wurde zum Ehrenvorsitzenden gewählt. Die PP ist ein Mitglied der Mitte rechts angesiedelten Europäischen Volkspartei und im Europäischen Parlament mit ihren Abgeordneten in der EVP-Fraktion vertreten. Die PP ist auch ein Mitglied der christlich-demokratischen Internationalen und der Internationalen Demokratischen Union. Die PP sieht sich heute als christlich-konservativ und wirtschaftsliberal, wird aber dennoch von Beobachtern vielfach eher als rechtskonservativ eingestuft. Im politischen Spektrum Spaniens wird die PP häufig als Mitte-Rechtspartei oder als nationalkonservativ eingestuft. In den politischen Debatten wird das PP-Lager des Öfteren auch als die Rechte bezeichnet. Am 20. November 2002 befürwortete die PP im Spanischen Kongress erstmals einen Beschluss, mit dem die militärische Erhebung und die Franco-Diktatur verurteilt wurden. Aussagen einer Reihe von teils führenden PP-Politikern oder von PP-Gemeindevertretern weichen jedoch davon ab. Allianza Popiela Nach dem Tod Frankos 1975 begann unter König Juan Carlos I. der Prozess der Umwandlung der franquistischen Diktatur in eine konstitutionelle Monarchie, die sogenannte Transition. Im Jahr 1976 wurde in Spanien die Bildung politischer Parteien wieder zugelassen. In diesem Jahr entstand in Spanien ein Parteien-Spektrum von links bis rechts. Während auf der Linken die zum Teil schon in der Illegalität existierenden Parteien legalisiert bzw. neu gegründet wurden, entstanden auf der Rechten viele kleinere Gruppierungen, unter anderem die Reforma Democratica. Gegründet vom ehemaligen Minister unter Franco Manuel Fraga Eribane. Fraga war zu diesem Zeitpunkt Innenminister und Vizeministerpräsident der ersten Regierung von Adolfo Suárez unter König Juan Carlos I. Franz Josef Strauß unterstützte mithilfe der CSU-nahen Hans Seidel Stiftung aktiv die Gründung der Allianza Popiela, um rechtsorientierte und rechtskonservative Gruppen in Spanien zu bündeln. Was von Seiten der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung jedoch als kein förderungswürdiger Verein kritisiert wurde und man bei einigen Mitgliedern der Gruppierung auch anzweifelte, ob sie Demokraten wären. Die CDU verweigerte deshalb der CDU und der Allianza Popiela ihre Unterstützung und setzte auf die eher gemäßigten und nicht zu weit rechts angesiedelten christdemokratischen Gruppen in Spanien, welche sich zur Equipo-Democrate-Christiano del Estado Español zusammengeschlossen hatten. Im Herbst 1976 vereinigten sich schließlich Reforma Democrática, Union del Pueblo Español, Actión Democrática Española, Democracia Social, Actión Regional, Union Social Popular, Union Nacional Española und einige Kleinstgruppen zur neuen rechtskonservativen Allianza Popiela. Sechs dieser sieben Parteien standen unter der Führung ehemaliger Minister der Franco-Diktatur. Manuel Fraga-Iriban E.C.R.U.Z. Martínez-Esteruelas, Federico Silva-Munos, Licinio de la Fuente de la Fuente, Laureano López Rodó und Gonzalo Fernández de la Mora. Die Allianza Popiela entwickelte sich in der Folge zu einem Sammelbecken der ehemaligen Eliten des Franquismus. Bekannte sich aber zu den von König Juan Carlos I. eingeleiteten demokratischen Reformen. Bei den ersten demokratischen Parlamentswahlen 1977 erreichte Allianza Popiela nur 8,2%, was allgemein auf die starke Ablehnung der Bevölkerung gegenüber den alten franquistischen Eliten zurückgeführt wird. Bei den Wahlen 1979 trat die Partei in einem mit anderen rechtskonservativen Parteien formierten Wahlbündnis. Der koelischen Demokratiker an, Spitzenkandidat war Fraga. Bei diesen Wahlen erreichte das Bündnis 6% der Stimmen und 10 Sitze im Parlament. Im Jahr 1982 bildete die Volksallianz mit der Demokratischen Volkspartei und der Liberalen Partei ein neues Wahlbündnis, die koelischen Popiela. Diese Wahlen führten zu einer PSOE-Regierung und verschärften die Krise der AP. Parti du Popiela Im Januar 1989 erfolgte zur Krisenbewältigung die Umbenennung der Allianza Popiela in Parti du Popiela. Im folgenden Jahr übergab Fraga die Führung der Partei an Jose Maria Aschnar. Auch Aschnar wurde wie viele seiner politischen Weggefährten vom Franquismus geprägt. Er war Funktionär in der franquistischen Studentenorganisation und sprach sich während der Zeit der Transischen mehrfach öffentlich gegen den Übergang zur Demokratie aus. Aschnar war bereits zwischen 1982 und 1987 Generalsekretär der Allianza Popiela und danach von 1987 bis 1989 Regierungschef von Kastilien-Leon gewesen. Die Parti du Popiela versteht sich heute als eine christlich-konservative Partei, die sich besonders im Verlauf der 1990er Jahre zunehmend am Modell anderer christlich-demokratischer Volksparteien in Europa orientierte. Programmatisch zeigt die Partei ein, so wie die koholischen Kanarier nötig machten vorübergehend zurückhaltendes antiregionalistisches und stark wirtschaftsliberales Profil und tritt dabei insbesondere für Deregulierung und Einhaltung einer straffen Haushaltsdisziplin ein. Außenpolitisch suchte die Partei etwa hinsichtlich des Irakkriegs, bis sie die Wahlen im März 2004 verlor. Nähe zum Kurs des amerikanischen Präsidenten George W. Bush Bei den vorgezogenen Parlamentswahlen am 3. März 1996 wurde die PP mit einem Stimmenanteil von 38,8% zur stärksten Fraktion. Er langte aber nicht die absolute Mehrheit. Mithilfe einiger kleinerer regionalistischer Parteien wie der katalanischen Convergencia e Unión So wurde Jose Maria Aschner am 5. Mai 1996 zum spanischen Ministerpräsidenten gewählt. Er löste damit den seit 1982 regierenden Felipe González von der Sozialistischen Partei ab. Bei den Parlamentswahlen am 12. März 2000 konnte die PP mit 45,2% das Wahlergebnis von 1996 nochmals verbessern und erreichte mit 183 der insgesamt 350 Sitze im Abgeordnetenhaus das bis dahin beste Wahlergebnis. Die Regierung unter Jose Maria Aschner war damit nicht mehr auf die Unterstützung der Regionalparteien angewiesen. Im Herbst 2002 zog der Untergang des Öltankers Prestige vor der Küste von Galizien, ein schlechtes Krisenmanagement der PP-Regierung und eine Verharmlosung der sich daraus ergebenden Umweltkatastrophen nach sich. Mit der Unterstützung für den Irakkrieg der USA manövrierte sich die PP-Regierung zu Beginn des Jahres 2003 erneut ins politische Abseits. Da die Bevölkerung Spaniens mit überwältigender Mehrheit gegen den Krieg war, Aschners Regierung beteiligte sich trotz landesweiter Massendemonstrationen aktiv an den politischen Kriegsvorbereitungen. Im August 2003 wurde bekannt, dass die Regierung Aschner die Stiftung Fondation National Francisco Franco, die ihre Aufgabe in der Pflege des Andenkens an den Diktator Francisco Franco sieht, über das Kulturministerium mehrere Jahre mit erheblichen Subventionen unterstützt hatte. Dank eines überdurchschnittlich hohen Wirtschaftswachstums sank während der acht Regierungsjahre Aschners die Arbeitslosigkeit von 22% auf 11%. Die Erlöse aus der Privatisierung staatlicher Unternehmen machten eine Reduzierung der Staatsverschuldung und der Defizite möglich. Der rigorose Sparkurs seiner Regierung ermöglichte den Beitritt Spaniens zur Europäischen Währungsunion. Auch die Gewerkschaften leisteten ihren Beitrag, indem sie neuen Jobs den Vorzug gegenüber Lohnerhöhungen gaben. In der Regierungszeit der Partido Popular unter Aschner war Spanien auch größter Nettoempfänger von EU-Zahlungen, was als Wachstum auf Kosten anderer kritisiert wurde. Beobachter warnten auch bereits während der Regierungszeit Aschners, dass das Wirtschaftswachstum allzu einseitig auf einem Boom im Bausektor basiere. Während Aschners Amtszeit wurde zudem die Wehrpflicht ausgesetzt und eine Berufsarmee eingeführt. Zu den spanischen Parlamentswahlen vom 14. März 2004 bewarb sich Mariano Rajoy als Spitzenkandidat der Volkspartei für das Amt des Ministerpräsidenten, nachdem Aschner angekündigt hatte, nicht erneut kandidieren zu wollen. Am 11. März, drei Tage vor den geplanten Wahlen, kam es zum verheerendsten Terroranschlag in der spanischen Geschichte, dessen Urheber eine radikal-islamische Splittergruppe war. Ins Visier der Islamisten war Spanien wegen der kompromisslosen Unterstützung des von den USA initiierten Irak-Krieges durch die PP-Regierung geraten. Die PP legte sich allerdings in der offiziellen Linie auf eine Urheberschaft der baskischen Terrororganisation ETA fest, um bei den unmittelbar bevorstehenden Wahlen nicht wegen der Irak-Kriegsunterstützung und der mangelhaften Terrorismusbekämpfung Wählerstimmen zu verlieren. In den Tagen bis zur Wahl kam es zu einer regelrechten Desinformationskampagne von Seiten der PP mit dem Ziel, die öffentliche Meinung hinsichtlich einer ETA-Urheberschaft zu beeinflussen. So wurden spanische Diplomaten in aller Welt vom Außenministerium instruiert, nur diese Version zu verbreiten und Innenminister Angel A. Spes verbreitete sämtliche neuen Erkenntnisse, zusammen mit deutlichen ETA-Beschuldigungen, für die sich allerdings zunehmend weniger Menschen empfänglich zeigten. Bis zur Wahl fanden in ganz Spanien Massendemonstrationen und Trauermärsche statt, die sich zum Teil gegen die ETA, zunehmend aber gegen die Desinformationspolitik der Regierung wandten. Die Stimmabgabe unter dem Eindruck der Geschehnisse an den drei letzten Tagen vor der Wahl führte zu einer deutlichen Wahlniederlage für die Volkspartei, welche zuvor noch in der Mehrzahl der Umfragen mit scheinbar uneinholbarem Vorsprung geführt hatte. Die spanischen Sozialisten unter ihrem Spitzenkandidaten Jose Luis Rodríguez Zapatero verzeichneten einen deutlichen Stimmenvorsprung. Die Wahlbeteiligung war deutlich höher als erwartet. Obwohl sich auch später keine Hinweise auf eine Beteiligung der ETA ergaben, wurde die Verschwörungsthese einer Zusammenarbeit von ETA und Al-Qaida von der PP weiterhin verbreitet. Die seit 2004 betriebene Oppositionspolitik der PP beurteilen politische Beobachter als in weiten Teilen durch einen polemischen Stil geprägt. Sie beruhe weitgehend auf einer radikalen Ablehnung aller Regierungsinitiativen. 2007 waren die wichtigsten Themen der Volkspartei im Vorfeld der anstehenden Wahlen der Kampf gegen ETA, der seit dem Scheitern der Friedensverhandlungen wieder an Bedeutung gewonnen hat und die Verteidigung der Einheit Spaniens und der Monarchie als deren Symbol gegen eine von Vertretern der PP als schädlich und exzessiv betrachtete regionale Autonomie. Auch die Inflation und die wirtschaftliche Gesamtlage wurden thematisiert. Eine ausdrückliche Verurteilung des Franquismus lehnt die Volkspartei ab. Im Oktober 2007 lehnte die Partei im spanischen Parlament das Gesetz Lei de Memoriae Historica großteils ab, das die Entfernung von Symbolen der Franco-Diktatur aus dem öffentlichen Leben vorschreibt und die Urteile aus dieser Zeit für zwar juristisch, bindend, aber moralisch illegitim erklärt. Die Begründung lautete, das Gesetz diene nur dazu alte Wunden wieder aufzureißen und die spanische Gesellschaft zu spalten. Bei den Wahlen 2008 konnte die PP ihr Ergebnis zwar verbessern und gewann von allen Parteien die meisten Sitze hinzu, blieb aber erneut hinter der PSOE, die ebenfalls Sitze hinzugewinnen konnte. Daraufhin kam es zu einem kurzen innerparteilichen Machtkampf, bei dem sich jedoch Parteichef Mariano Rajoy durchsetzen konnte. Verschiedene andere prominente Parteimitglieder, die sich in den vorherigen Jahren für einen harten Oppositionskurs eingesetzt hatten. Etwa Generalsekretär Angel Eysbese und Fraktionssprecher Eduardo Zapplaner verließen die aktive Politik. Im Jahr 2009 wurde die Partei vom Fallgürtel erschüttert, einem großen Spenden- und Schmiergeldskandal, in den unter anderem die PP-geführten Regierungen in den Regionen Madrid und Valentia verwickelt waren. Auch gegen PP-Mitglieder und ehemalige Regierungsmitglieder auf den Balearen laufen Verfahren wegen Korruption. Der ehemalige Präsident der Balearen, Joe Mattas, der inzwischen von der PP ausgeschlossen wurde, wurde im März 2012 zu sechs Jahren Haft verurteilt. Bei den Parlamentswahlen 2011 gewann die PP unter ihrem Spitzenkandidaten Mariano Rajoy die absolute Mehrheit der Sitze. Regionale Bedeutungsunterschiede Die PP ist in allen Parlamenten der autonomen Gemeinschaften vertreten. In den autonomen Gemeinschaften Balearische Inseln, Galizien, Cantabrien, Kastilien, La Mancha, Kastilien und Lyon, La Rioja, Madrid, Mercia und Valentia regiert sie ebenso wie in den autonomen Städten Keuta und Melilla mit absoluter Mehrheit. In Aragonien und Extremadura stellt die PP eine Minderheitsregierung. In Andalusien, Asturien, dem Basenland, den Kanaren, Katalonien und Navarra befindet sie sich in der Opposition. Während die PP in den meisten Regionen neben der PSOE zu den wichtigsten politischen Parteien gehört, ist sie in zwei autonomen Gemeinschaften, die ein weitgehendes Bedürfnis nach Autonomie haben und in denen manche Parteien für eine Loslösung vom spanischen Staat eintreten. Deutlich schwächer. So steht die PP in Katalonien und dem Basenland lediglich an vierter Stelle im Parteien-Spektrum. Ursache hierfür ist, dass sich die Partei strikt gegen die in diesen Regionen vorhandenen regionalistischen bzw. separatistischen Tendenzen stellt und eine von Kritikern als Zentralismus klassifizierte Linie verfolgt, welche die Einheit und Unteilbarkeit der spanischen Nation betont. Eine Leitlinie der PP-Politik ist die kompromisslose Bekämpfung der baskischen Terrororganisation ETA. Der Suche nach Verhandlungslösungen in diesem Konflikt steht die Partei grundsätzlich ablehnend gegenüber. Sie fordert auch ein automatisches Verbot sämtlicher Kandidatenlisten, die bei Wahlen baskisch-links nationalistische Positionen vertreten und daher ohne Überprüfung der formalen Organisationsstruktura priori als Nachfolgepartei der verbotenen Parteien Batasona, EHAK und ANV anzusehen sein. In der ebenfalls historischen Autonomen Gemeinschaft Galicien sowie in den katalanisch-sprachigen Regionen Valentia und Balearische Inseln kann die PP hingegen das Regierungsamt mit absoluter Mehrheit stellen. In der autonomen Gemeinschaft Navarra hatte die PP 1982 ein Bündnis mit der Regionalpartei Union del Pueblo Navarro abgeschlossen, wonach beide Parteien bei Wahlen gemeinsam antreten und Fraktionsgemeinschaften bilden würden. 1991 wurde der navaresische PP-Regionalverband aufgelöst und mit der UPN vereinigt. Aufgrund von Uneinigkeiten zwischen beiden Parteien über die Abstimmung zum Haushaltsplan der Regierung Zapatero für 2009 löste die PP dieses Bündnis im Oktober 2008 jedoch auf und baute einen eigenen Regionalverband auf. Bei den Regional- und Kommunalwahlen 2011 erreichte man 7,3 Prozent der Stimmen. Im Fürstentum Asturien führte ein Zerwürfnis zwischen dem ehemaligen Generalsekretär der PP und Minister im Kabinett von Jose Maria Aschnar, Francisco Alvarez Cascos Fernandes und der Parteiführung im Vorfeld der Regional- und Kommunalwahlen 2011 zu einer Abspaltung mehrerer Parteimitglieder und der Neugründung der Partei Foro de Chiudadanos und dem Asturianischen Regionalverband mit der Bezeichnung Foro Asturias. Der PP selbst verlor daraufhin bei der Regionalwahl rund 21,5 Prozent der Stimmen und kam nur auf einen Anteil von 20 Prozent. FRC hingegen gewann die Wahl mit 29,8 Prozent. Siehe auch, Fallgürtel, politische Parteien in Spanien.